Die Magie dieses Ortes wieder auferstehen. Lasst uns die Dynamik empfinden, die diese Maschinen eins antrieben. Rhythmus, Bass, Dampf, Feuer, die Energie tausender Menschen. Lasst uns die Kultur der Vergangenheit mit der machtvollsten und bedeutendsten Kultur unserer Zeit verbinden. Musik ist unsere Leidenschaft. Musik ist unser Antrieb. Musik ist unser Weltkulturerbe. Elektromagnetik ist unsere Musik. Den nächsten Künstler hat man in über 30 Jahren Musikgeschäft schon als musikalischen Pionier, Erfinder und Ikone bezeichnet. Am Ende ist er aber einfach Musiker, Producer und immer noch Deutschlands populärster DJ. Er entführt dich in eine andere Welt für einen kurzen Moment, wenn du dich in der Musik verlierst und die Musik fühlst. Für dich auf dem Elektromagnetik 2018. Paul van Döck. SPANNENDE MUZIEK SPANNENDE MUZIEK SPANNENDE MUZIEK SPANNENDE MUZIEK SPANNENDE MUZIEK Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.